Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Actvent, das Vergessene Reich. Bevor wir jetzt weiter spielen, speichern wir natürlich erstmal unseren Sicherheitsspielstand. So Leute, und dann werden wir... wir werden heute kein Buch lesen, Leute, denn wir haben ja leider die Bände noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es hier alle Bände gibt, aber es muss zumindest noch ein Band 3 und 4 hier geben. Und hier zumindest ein Band Buch 1, hoffe ich. Naja, mal sehen. Wir werden erstmal mit Alchemie anfangen. Gut, das war glaube ich hier alles. Dann hier noch. So. Wir haben sehr viel. Am meisten haben wir... Mehl. Am zweitmeisten haben wir... Bier. Am drittmeisten haben wir... Am drittmeisten haben wir... Salzreis. Und am drittmeisten haben wir... Und am drittmeisten haben wir... Den Stengelreis. Gibt wieder nur Ausdauer, wie die Hersteller, aber egal. Alchemie hat sich verbessert auf. Ich hab's weggespampt. 44 Punkte und ich hatte vergessen, Brot zu backen, ein Ei zuzubereiten und Fleisch zu braten. So. Dann räumen wir mal wieder auf. 24 Kilo sind zu viel. Okay. Das sind 261 Kilo. Die sind glaube ich auch zu viel. 7,9 Kilo sind zu viel. 7,9 Kilo sind zu viel. 1,6 Kilo sind zu viel. 1,6 Kilo sind zu viel. das ging daneben 0,8 Kilo sind zu viel 0,3 Kilo sind schon zu viel 0,2 Kilo sind zu viel das ging daneben 0,3 Kilo sind zu viel 0,3 Kilo sind zu viel so und jetzt noch die hier so dann Seelensteine haben wir habe ich Material ja habe ich das könnten wir gleich hier dazu packen einpacken Material Rohgold ist noch da Erzbrocken sind noch da die 6 Holschette Quest Holschette ist auch noch da und die hier ok mal sehen ob ich etwas reparieren kann ja so dann habe ich hier noch das große Schwerd das können wir verkaufen wir sollten schlafen gehen rasten ist geheilt so sonst noch etwas ich glaube nicht nein ich glaube sonst nichts gut gehen wir verkaufen na jetzt lade doch schon also wir können das ist das ist das ist das ist das ist Hallo, es ist ein Vergnügen, euch zu treffen. Hallo, ebenso. So, ich glaube, reinigende Magie möchte ich gar nicht mehr üben, Leute. Das meine, ist eh schon auf fast 100. Oder möchte ich trotzdem? Ach, ich möchte trotzdem. Wie steht es um euch? Kann ich euch helfen? Nein, glaube ich nicht. Nehmen wir einen Ausdauertrank. Wir sollten eh gelügend haben. Hier, nehmen wir da einen. Beste Größe, um was geht es? Um einen Handel. Das soll weg, das soll weg. Der Rest bleibt hier. Hier bleibt auch alles. Habe ich Tränke, die weg sollen? Nein. Und hier auch nicht. Okay, das sind 552. Wir sind bei... 46% drauf. Dann sind das 806. 806 Gold, die ich von dir möchte. Wurden genommen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie diese Destillierdinger funktionieren? Ja. Ich bin ja immerhin ein Archimist. Hat das jetzt funktioniert? Nein. Stand der schon immer da? Noch einmal. Ich glaube, er stand normalerweise weiter vorne. So, mal sehen, was wir alles mitgenommen haben. Erzebrock von allem etwas. Wenn wir mal alles hier rübergetragen haben, Leute. Dann möchte ich ein bisschen Schmieden üben. Musik hat sich auf 42 Punkte verbessert. Juhu. Da ist es weg. Und der Rest ist... Es ist noch ein bisschen was da. Jetzt ist es alles weg. Okay. Mal sehen, welche Fertigkeit wir heute bekommen. Wir bekommen... Käserliche mittlere Rüstung. Die ist auch gut fürs Kämpfen, Leute. So. Ich möchte jetzt, Leute Wir haben ja jetzt hier soweit alles erkundet Hier soweit Es gibt ein paar Sachen hier Vor allem Gebirge, die wir noch nicht erkundet haben, aber egal Das ignorieren wir einfach Jetzt ist die Frage Mach ich hier weiter oder gehe ich Irgendwo hier rüber oder Erkunde ich Stormwind weiter, Leute Und ich würde Gerne jetzt erstmal wieder ein bisschen bei Stormwind Weiter kunden Nicht alles, aber ich würde gerne In die Kanalisation, Leute Da gab es hier ja irgendwo Den ersten Eingang Irgendwo hier, glaube ich Ja Da bin ich jetzt gespannt, Leute Was wir hier finden werden Hm, ich habe keine Leuchtmittel Es gibt hier Ratten Von Problemativen Ich werde das nicht in die Kanal Entschlattung Ich werde das nicht in die Kanal Von da ist Ich werde das nicht in die Kanal Ich werde das nicht in die Kanal Und wenn ich bin Ich bin mir und bin sicher, ob das da auch eine Ratte ist. Aber sonst sehe ich hier keine mehr. Greifen wir die da vorne an. Schatz hat sich auf 41 Punkte verbessert, egal was es ist, ich greife es jetzt an. Es war eine Ratte und ich habe sie getötet. Okay. Da geht es auch wohin. Aber jetzt holen wir uns erstmal die ganzen Ratten. Die hat nichts. Das müssten jetzt soweit alle gewesen sein. Das sind Goblins. Kommt man hier irgendwo hin? Nein. Okay. Gehen wir einmal hier hin. Wo kommt man dort hin? Aha. So, so. Also ich habe hier nirgendwo ein Gegner jetzt gesehen. Aber da ist ein Goblin. Und da ist noch ein Goblin. Sehr schön. Das sind noch mehr Goblins. Ich habe hier. Ich habe hier. So, da kriegen wir noch etwas zurück. Und hier bekommen wir nichts zurück, leider. Schade. Sieht irgendwie fast aus wie eine Abkürzung. So, da hinten sind Goblins. Und das hier soll wohl aussehen, als wäre hier alles eingestürzt. Und hier geht es nach Stormwind. Okay. Einfach nur Stormwind. Und hier geht es nach Stormwind. Werden wir uns später sehen. Jetzt holen wir uns erstmal die hier. Und hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier bekomme ich noch einen Stahlpfeil zurück. Da ist auch noch einer. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute.